Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten mittelalterlichen Rollenspiels zu unserem Heinrich hier in Sarsau, in der Nähe des Klosters. Hier ist euer Don Firenze und genießt einfach den schönen Tag und vollendet ihn mit einem nicen Abo für den lieben Don Firenze. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, das letzte Mal haben wir uns aber nicht so gut unterhalten. Wir werden jetzt mal ganz gechillt zum Kloster reiten. Halt, wo ist eigentlich der Vogt? Ja, wir werden schnell zum Vogt noch reiten und dann das Duell noch ausmachen. Und dann reiten wir zum Kloster, das können wir. Was ist hier noch? Da ist er doch, der sieht doch aus wie ein Vogt. Ich bin hier zack. Was? Sag's mir nicht. Eine weitere Beschwerde über den Meisterschmied. Richte zack aus. Wenn er noch einmal meine Zeit mit dieser lächerlichen Fede verschwendet, werde ich ihn wegen Missachtung des Vogteiamtes geißeln lassen. Diesmal ist es keine Beschwerde. Tatsächlich hat er eine Idee, um den Streit ein für alle Mal beizulegen. Ist das so? Na, dann ist es etwas anderes. Und zwar genau das, was ich im Sinn hatte. Ich bin ganz Ohrfreund. Was schwebt ihm vor? Ein Duell. Allmächtiger! Hat er endgültig den Verstand verloren? Keine Sorge, guter Herr Vogt. Niemand stirbt. Das Duell wird mit Knüppeln ausgefochten. Zach hat mich als seinen Recken erwählt. Ich werde einen Harnisch seines Sohns Vitus tragen und gegen Ottos Streiter antreten. Wer zuerst am Boden ist, verliert. Das klingt nach einem feinen Spektakel für den Pöbel. Ich muss selbstreden, vor Ort sein und sicherstellen, dass niemand Schindluder treibt. Deine Gegenwart ist unverzichtbar, Vogt. Wir brauchen einen Schiedsmann für den Zweikampf. Nun gut. Wir werden ihn auf dem Marktplatz vor der Kirche abhalten. Doch wann? Das obliegt dir. Wir könnten es sogleich verkünden. Hm. Ich habe noch zu tun. Ich muss erst etwas anderes... Beile dich! Geht hier etwas Interessantes vor sich? Es ist so friedlich, dass es mir schon Sorgen macht. Möge Gott über dich wachen. So. Ich habe mich nämlich nochmal umentschieden. Vielleicht werde ich doch nochmal hier mit dem Otto reden. Meister Otto. Rede mit mir. Tag. Tag. Warte. Scheiße. Ich kann ihm nicht mehr helfen. Ja, dann können wir das Duell auch im Prinzip gleich machen. Was soll das? Der Saat... Ne, ne. Ich will doch zum Vogt. Wo ist der Vogt? Oblau, Zwiebeln, Pilze und Spargel. Traut euch nur. Kommt her! Hier unten ist der Vogt. Da durch. Vogt, wo bist du? Spaziert hier einfach draußen rum. Man läuft einmal um den Block. Selbstredend. Na gut, ich bin wegen des Duells hier. Wir könnten es sogleich verkünden. So sei es. Ich lasse es sogleich verkünden. Das ist wirklich eine elegante Lösung. Ein fürstliches Spektakel für das Volk. Und ich bin obendrein dieses mürrische Paar und dessen gezänklos. Mach's gut. Okay. Na doch. Und ob schon es mir als Vogt zukommt, derlei Zwist mit Gewalt zu beenden, um Frieden und Ordnung zu wahren, entschied ich mich, den Unfrieden der Schmiede auf zwanglose Weise zu schlichten und euch guten Leuten dabei ein rechtes Spektakel zu bieten. Kurzum, wir gestatten ihnen, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen. Doch, da es zwei respektablen Handwerkern kaum ansteht, einander auf dem Marktplatz das Feld zu gerben, wie Hähne auf dem Mist, hat jeder von ihnen einen Streiter erwählt. Zah, unser Schmied, ernannte als Recken an seiner Stadt Heinrich von Scarletz. Und Meister Otto von Rabsteinsrecke ist... Bitte, stellt euch selbst vor, Herr Ritter. Meister Otto kämpft für Meister Otto. Ich schicke sicher nicht einen Welpen, der meinen Platz einnimmt. Ha, 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 ha! Seid gewahrt, dies ist ein Zweikampf nur mit Knüppeln, doch nur bis zum ersten Blut. Seid um Himmels Willen vernünftig. Wir wollen hier keinen Krüppel oder Gott bewahre Totenseele. Also, wenn beide Streiter bereit sind, lasst uns beginnen. Ich mach dich kalt, Gottverdacht! Na, schlag kalt zu! Oh, ha, jeho! Scheiße! Okay. Unser Ruf hat sich verbessert. Okay. Beleidige Otto nicht. Auf jeden Fall. Wir könnten direkt nochmal zum Schneider gehen. Der war doch auch irgendwo hier, oder nicht? Der war doch hier. Da ist er doch. Zerschneider. Gott segnet. Alles Gute. Lass uns mal handeln. Mal gucken, was du so hast. Da ist nichts Neues dabei. Können wir noch etwas kaufen? Vielleicht ein Schneider-Set. Hast du sowas? Okay, wir haben nicht geschachert. Spieler-Buffs. Was macht das mit uns? Du bist gerade aus dem Kaker. Frisch gewaschen. Nun gut. Wir schauen einmal auf die Karte. Such den Schmied Zach auf. Ja, das machen wir. Zach, gib mir noch eine Belohnung. Mach's gut. Okay. Scheinbar geht das jetzt noch nicht. Wir müssen ihn bei der Schmiede auf... Was ist das hier? Morgen findet das Rataia-Turnier statt. Säbel rasseln. Wir können jetzt getrost... ...vom Kloster rüber reiten. Und zwar... ...mit aller Geschwindigkeit. Gott sei Dank hat Ulrich ja uns vergeben, könnte man sagen. Oder hat Genugtuung erhalten, nachdem wir... ...im Kerker gesessen waren. Ist das, denke ich, auch noch mehr als fair. Wir frage den Gerüstbauer zum Schädel. Zimola. Zimola. Woher hat er den Schädel? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es heraus. Hast du Leszek, den Gerüstbauer, gesehen? Hab ich. Was willst du denn von ihm? Ich möchte mit ihm über den Schädel sprechen. Ach ja? Das ist interessant. Wieso? Er wollte, dass ich ihn heute Abend am Gerüst treffe, um mir etwas Wichtiges zu sagen. Er wollte etwas beichten. Also hatte er doch die Finger im Spiel. Ich wusste es. Vielleicht. Aber dann hat ihn bestimmt jemand dazu angestiftet. Er scheint mir nicht jemand zu sein, der so etwas allein aushackt. Ja, es ist sicherer, wenn wir beide gehen. Gut. Wir treffen uns am Abend. Wenn ich nicht unten bin, sieh oben nach. Werde ich. Okay. Du weißt es lock. Das hier müsste Talenberg sein. Ich mache mir das mal so. Sprich mit dem Freskenmaler. Oh, der ist wieder bei der. Da ist es doch, unser Pferd. Wir müssen zur Schenke. Na gut. Das ist ein Weg, den finden wir fast blind. Mittlerweile. Oder beinahe blind. Bürger. Ulrich. Da ist der Freskenmaler, okay. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Das hoffe ich auch. Wie ich höre, hast du Probleme, an Quecksilber zu kommen. Und wie ich die habe. Zum dritten Mal in diesem Monat sagen sie mir, sie hätten keines. Es ist nicht zu bekommen, sagen sie. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermayer. Oder besser gesagt, sein Gehilfe. Was hat der Klostermayer dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Das Quecksilber hat sich wohl kaum in Luft aufgelöst. Wo könnte es sein? Wenn ich das wüsste. Jedes Mal, wenn ich um rote Farbe bitte, sagen sie, es gäbe kein Quecksilber, um sie zu mischen. Einmal behaupteten sie, die Ware kam nie an. Ein anderes Mal, dass der Wagen überfallen wurde. Und zuletzt ging es irgendwie verloren. Und du denkst, sie lügen? Jesus, was weiß ich. Aber es kommt mir komisch vor. Ich meine, wie kann es dreimal hintereinander kein Quecksilber geben? So viel Pech auf einmal hat keiner. Wozu benötigst du Quecksilber? Das ist gut. Sie brauchen es, nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ich male in der U-Schützer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos das ohne Rot aussieht? Nicht wirklich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Danke, das wäre alles. Danke, das wäre für's erste Mal. Warte! Möchtest du nicht etwas kaufen, bevor du gehst? Oder würfeln? Ich brauche Dreh. Das biecht du an. Das Leben im Wirtshaus. Schatzkarte 3. Ja, komm. Mir feilt schon ein bisschen. Lässt sich was am Preis? Nun. Ist das genug? Darauf würde ich. Sehr gut. Okay. Gut, gut. Dann bleibt unserem Heinrichsjahr nichts wieder anderes übrig, als da hinzugehen. Also zurück zum Kloster. Wir wissen ja immerhin jetzt, wo der Klostermayer ist. Wir reden mal mit ihm. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ja, das hoffe ich auch. Ich war am Unfallort und habe herausgefunden, dass das Gestein der letzten Lieferung anders ist als das übliche. Vielleicht, weil es von minderer Qualität ist? Ich weiß nicht viel über Steine, aber könnte doch sein. Das glaube ich nicht. Dieses Gestein sieht völlig anders aus als das, was eigentlich beim Bau verwendet wird. Du meinst also, jemand hat den Steinblock ausgetauscht und niemand hat es gemerkt? Der Wagen stand am Tor und das ist bewacht. So eine Aktion wäre ein wahres Kunststück. Das ist das Stück, das herabgestürzt ist. Und was soll damit sein? Ich kenne mich mit Stein nicht aus. Nach mehreren Steinlieferungen? Da wirst du doch wohl Gestein unterscheiden können. Puh, ich erinnere mich doch nicht an Einzelheiten. Frag jemanden, der sich damit auskennt. Mhm. Ich habe den Schädel, der beim Gerüst ausgegraben wurde. Alles Gute. Hallo? Ich bin auf der Suche nach Quecksilber. Hast du welches? Sprich mit meinem Gehilfen. Er kümmert sich um solche Dinge. Gut, hab Dank. Alles Gute. Wo ist der Gehilfe? Ja. Ein Glöckchen aus dem Jenseits hat geklingelt. Aber das kommt schon mal vor. Wer ist... bist du das? Elfer des Klostermeiers. Ja. Quecksilber. Dir Quecksilber auf Lager? Wer fragt denn? Der arme Maler. Ich bin im Namen des Freskenmalers hier. Er sagte, du hättest ihn schon dreimal mit leeren Händen weggeschickt. Dann habe ich keines. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann nur nicht. Hm. Lüg mich nicht an. Klare Worte. Kuhscheiße. Sag mir sofort, was du mit der Ware gemacht hast. Nichts. Und reiß dich am Riemen. Das ist geheiligter Boden. Ein diebischer Krämer in einer Mönchskutte spricht von heiligem Boden. Was kommt als nächstes? Eine Hure in Nonnenkleidern? Das ist Blasphemie. Blasphemie? Du weißt doch sicher, was Jesus mit den Geldwechslern im Jerusalemer Tempel tat. Was... was meinst du? Du... Du tust mir doch nicht weh, oder? Sag mir, was hier vor sich geht und ich habe keinen Grund dazu. Herr Gott, ich wusste doch nichts von Fälschern. Das will ich für dich hoffen. Und jetzt erzähl mir alles. Ich schwöre, normalerweise würde ich so etwas nie tun. Spuck's schon aus. Sie kamen mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wacken, aber bewaffnet. Er nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rappota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster, dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen. Hast du den gestohlen? Vorher meine ich? Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Okay. Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Und gut. Hab Dank. Gott behüte dich. Okay, sprich mit Meister. Ja, das hab ich doch aber eigentlich alles erledigt. Okay, der ist im Art. Ja. Jetzt kommt es aber Schlag auf Schlag. Ich würde sagen, wir reiten jetzt aber erstmal Richtung Thalenberg. Oder, hm. Lass mich nochmal etwas schauen. Dafür lohnt es sich eigentlich nicht. Wir reiten nach Thalenberg. Und von dort aus nach Privislawitz. Und schau mal, ob wir dort etwas weiter ausbauen können. Weil in Thalenberg würde ich ganz gerne mit jemandem sprechen, der mir vielleicht mehr zu diesem Stein sagen kann. Ich kämpfe. Ja. Nächster. Was hast du hier? Ja. Was ist los? Was ist los? Oh, shit. Oh, shit. Hau dich. Hau mir ab. Hau mir ab. Das sind ganz schön viele. Wir reiten lieber weiter nach Thalenberg. Ja, ja, ja. Das ging aber nochmal gerade gut. Gucken wir mal. Zur Not pennen wir da mal. Gut. Okay. Okay. okay wir können mit sicherheit ein buch lesen das leben im wirtshaus das darüber kann man was lernen sehr gut das machen wir auch glatt denn immerhin bringt es uns auch beim lesen weiter okay trinkfestigkeit sehr gut heißt was weintrinker trinkgewohnheit echte slave loses mundberg unter dem einfluss von alkohol ja ok wenn du betrunken bist ich will davon eigentlich gar nichts lernen sondern eher nur schlafen machen wir mal bis 8 uhr das schadet nicht so eine stunde noch damit haben wir ebenfalls auch gespeichert was jetzt kann ich mich da nicht mehr treffen ach leute das ist so ein mist aber ja ok ich hätte vielleicht vorher gucken müssen sowas blödes ne ich will da raus das ist natürlich blöd wo ist denn hier dieses b da müssen wir halt hier aufsteigen ja das ist wahrscheinlich der steinmetz den wir im steinbruch schon mal kennengelernt haben den wir jetzt treffen hm der ist mysteriös das ganze ich bin mal gespannt was jetzt da aus unserem aus diesem gehilfen und dem lescheck geworden ist das tut mir jetzt irgendwie leid dass ich da nicht mit hin konnte ich hoffe es ist nicht mal etwas passiert naja aber wenn es ist mit sicherheit nicht unsere schuld hätten sie sich mal lieber nicht auf sowas eingelassen ne hey bleib stehen ich hab mit dir zu reden gott schütze hm ich hab hier ein stein ein stück des hier ist etwas von dem unglückseligen stein um den es geht alt und verwittert und sicher nicht von mir was das ist kein gestein aus meinem steinbruch siehst du die körnung die stammt nicht von der verwitterung der stein kommt von anderswo mhm habt ihr die letzten steine bereits zugeschnitten geliefert nein warum sollten wir wir liefern das gestein stets in dicken blöcken ist einfacher für uns seltsam dort sagte man mir sie waren froh dass du kleine stücke geliefert hast weil es für sie weniger arbeit war aber das ist unmöglich sehr mysteriös scheint als wäre dein steinblock nie angekommen und sie haben das hier erhalten unmöglich den letzten block habe ich persönlich ausgeliefert weil ich mit den mönchen reden wollte und unterwegs ist nichts passiert dann muss dort jemand die lieferung ausgetauscht haben aber was hätten die arbeiter davon die lieferung zu ersetzen und dann zu behaupten sie käme von uns ich glaube nicht dass die arbeiter wissen was passiert ist da hat jemand anderes seine finger im spiel gehabt ein dieb ja vielleicht was weißt du über die gerüchte im kloster gab es einen unfall und es sind gerüchte im umlauf das ist wegen gestein kann es denn nicht einfach mal passieren nein das haben wir ja schon okay das hatten wir ja schon und wir werden jetzt aber trotzdem einmal nach Privislawitz reisen in unser schönes Heimatdorf also in unser neues Heimatdorf könnte man fast sagen ähm ja dann müssen wir mal gucken wie es wie diese Geschichte weitergeht vielleicht ist das dann auch etwas für die nächste Folge mal sehen ja spät haben wir 12 Uhr ja dann kommen wir ja richtig um zu richten und 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 zwei altbekannte Unruhestifter streitet ihr euch wieder? worum geht's diesmal? Ruch ist ne miese diebische Elster dieser Schwein ist ein verdammter Lügner hört auf meine Zeit mit Beleidigungen zu verschwenden was ist passiert? wie du weißt Meister Vogt habe ich eine Tochter und dieser Bass äh ruch ein Flittchen durch und durch jawohl sie hat meinen Sohn verführt außerdem hat dieser Bastard meine Kuh gestohlen so das reicht jetzt was hat es mit der Kuh auf sich? als sich sein nutzloser Sohn meiner Tochter gegenüber nicht anständig verhalten hat versprach Ruch mir als Entschädigung für ihren Ehrverlust eine Kuh das ist wahr doch dann ist diese Dirne mit einem Baden durchgebrannt ist das etwa ehrenhaft? und überhaupt jeder könnte sie geschwängert haben erzählen wir von deinem Sohn nun er ist nicht der Hellste aber er hat das Herz am rechten Fleck und arbeitet hart Lumiers Flittchen hat ihm den Kopf verdreht sich schwängern lassen und ihm dann das Herz gebrochen ich selbst redete ihm die Heirat aus denn lieber gebe ich diesem Bastard meine beste Kuh als meinen Sohn das reicht jetzt aber der Junge ist ein Dummkopf und ein Rohling und meine Tochter ist gewiss nicht freiwillig mit ihm gegangen ich wollte nichts mehr mit Lumier oder seiner Tochter zu tun haben also stimmte ich der Entschädigung statt der Heirat zu just als das Geschäft abgeschlossen war war das Flittchen weg ich will meine Kuh zurück nee Alter das sehe ich alles du bist schuld dass meine einzige Tochter fort ist mhm ich habe genug gehört um ein Urteil das Geschäft aber warum denn eigentlich das Geschäft ist gültig Lumier behält die Co ist Geschäft was auch immer danach ja danke das soll gerecht sein ich bleibe keinen Augenblick ja dann fisch dich doch wenn dein Sohn seinen Schniedel nicht bei sich halten kann du hast dir selber zugegeben dass er sie geschwängernd hat und dass du die Kuh versprochen hast und was hat das jetzt damit zu tun dass das Mädchen türmt mit jemandem das ist doch einer hat doch mit dem anderen nichts zu tun so ist zumindest mein Verständnis davon und wie viel werden wir haben wer bist du 27k so was yo Leute das macht Lust auf mehr wir könnten ein Rathaus bauen eine renovierte Kirche die in neuem Glanze erstrahlt ja gucken wir mal ein ausgebautes Rathaus wow 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 ja die Frage ist jetzt was bauen wir jetzt als nächstes wir schauen nochmal kurz hier in die Schmiede kann nicht gebaut werden wir haben einen Waffenschmied kann man da nochmal umbauen nee geht nicht Bäckerei ist fertig Stallungen könnten wir natürlich noch bauen ja das werden wir mal machen werden dieses Gebäude errichten Stallungen und wir werden noch einen kleinen Happen speisen bin mal gespannt wo die Stallungen hinkommen vielleicht hier zu den Bienenstöcken damit die Pferde auch immer schön durchgehen oder wie hast du dir das vorgestellt er rennt ganz schön schnell okay verstehe hier werden wir bauen in der Tat fangen wir an na klar ich bin bereit ich überprüfe noch ein wir haben noch genug dann wollen wir mal okay wir haben mit wir nehmen jetzt aktuell mit Privys Loveis mehr als 2000 Goldstücke ein das habe ich gerade als ja Herausforderung bei Steam freigeschalten Brüllen schöne Pferde dann werden wir das Dorf jetzt weiter ausbauen da ist es doch na komm und wahrscheinlich verhält es sich jetzt wieder so wie beim letzten Mal dass wir tatsächlich ähm dass wir wahrscheinlich wirklich wieder Kohle gemacht haben ne wenn ein paar Tage später da steht jetzt nicht genau wie viel aber wir haben immer noch sieben ja wir haben ein bisschen was dazu verdient okay wir schauen jetzt gleich mal in die Stelle rein und bauen die gleich weiter aus Stallungen Ausrüstung für Sattler da würden wir das noch mal ein bisschen erhöhen na dann auf geht's diesmal wissen wir ja wo wir hin müssen und ich bin schneller als du Marius das ist doch mal ganz klar wir können uns derweil ja mal bei den Stellen ein bisschen umgucken vielleicht äh vielleicht gibt es hier ja tatsächlich auch jemanden der hm bin ich jetzt hier falsch abgebogen kann sein ne die sind noch weiter unten hier sind die Stallungen das Pferd ansehen mein Pferd mein Pferd das ist Schattenfell bisschen weniger Mut aber mehr Ausdauer und Geschwindigkeit mehr Geschwindigkeit und mehr Mut das ist Argo mehr Kapazität mehr Geschwindigkeit mehr Ausdauer bisschen weniger Mut okay ja krass ist hier jemand der mit dem wir verhandeln können ne ist scheinbar nicht so aber Marius ist da na dann hier werden wir bauen in der Tat ja ich bin bereit ich überprüfe alles da der Bau kann beginnen jetzt bin ich aber gespannt na da trägt einer einen Sattel und der hier ist sowas wie ein Sattler verstehe jetzt dürfen wir sogar über 2000 Goldstücke pro Tag einnehmen und jetzt denke ich ist es an der Zeit dass wir uns ans Rathaus und dergleichen machen ähm ich finde wir könnten mit Vorbild vorangehen und vielleicht sogar erstmal die Kirche bauen ich bin mir jetzt bloß wartet mal 2185 was ist wenn wir jetzt ausgebautes Rathaus 9000 Kirchenreparatur ja jetzt reparieren wir nämlich erst mal die Kirche ich schaue noch einmal hier rein wir haben noch 22k danach das heißt wir dürften wahrscheinlich so gut wie alles machen können hier werden wir bauen in der Tat fangen wir ja ich bin bereit ich überprüfe noch einmal ob wir haben was wir brauchen schön schöne neue Kirche okay neues Dach mit neuen Schindeln okay dann schauen wir mal was das jetzt bringt schöne neue Kirche okay cool so jetzt können wir die Kirche wahrscheinlich ausbauen das ist gebaut okay das ist scheinbar zu teuer dann können wir jetzt das Rathaus vielleicht noch bauen es gibt viel zu tun okay jetzt gehen jetzt dass es doch etwas Geld gibt was wird alles andere noch schwer verständlich gewesen ich muss mir ein Bild machen folge mir wir müssten doch hier schon stehen hier werden wir bauen genau hier also frisch an na klar ich bin bereit wir haben noch genug okay wir laufen hier hoch das sind scheinbar wir oder unser Rathaus okay das erinnert uns ein bisschen an zu Hause oder sehr schön dann gehen wir mal hier rein oder ja hier können wir weiter bauen wir haben 10.930 Groschen und haben ein Einkommen von 1,905 okay krass ausgebautes Rathaus würde ein bisschen mehr ausgeben nicht kompatibel mit Stallungen Geschäft Schenke Brücke Straße Holzfällerlager Bienenstöcke ja alles möglich dann würde ich sagen hauen wir noch einmal die das Rathaus komplett raus ich habe mich entschieden nun gut ich muss mir ein Bild machen folge mir das müsste ja auch gleich wieder hier sein hier werden wir bauen genau hier ja ich bin bereit ich überprüfe okay komm lasst uns das abkürzen okay da oben ist jetzt aufgestockt worden sehr schön und wir haben jetzt auch Hausangestellte wie es scheint sehr gut also Heinrich schlendert hier durch das ist schon gediegen Alter ich glaube besser wird es nicht und ich glaube mit diesem Ausblick von da oben verabschieden wir uns auch aus dieser Folge lasst uns da mal hochgehen schaut mal wie schön wobei was ist das denn da unten das gehört wahrscheinlich mit zum Rathaus wir öffnen mal das hier scheint scheint unsere Behausung zu sein okay 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 da haben wir ein paar kleine Reichtümer was ist hier noch drin hier ist noch ein Bett hier sind noch mehr Kelche okay ich sag mal noch mehr noch mehr zierrad und hier ist unsere klassische das hier dürfte unser Bett sein ja und unser Heinrich wird sich nach dieser getanen Arbeit auch tatsächlich hinlegen und je nach Tageszeit ein paar Stunden schlafen ja wir werden nochmal ausschlafen weil wir es uns einfach gönnen wollen an dieser Stelle und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal euer Don Firenze